Happy Birthday, Alavuddin Khan. Happy Birthday, M.D. Osaicin. Happy Birthday, Rehan Khan. Happy Birthday, Eric Diaz. Happy Birthday, Fikaram Takur. Happy Birthday, Asif Sultani Asif. Happy Birthday, Margarete Raschka. Und ich spiele heute mal wieder Free Fire Max und schauen, wo es uns hinführt. Spaß. Okay, ich spiele mal das neue Spider-Fest Parcours. Schauen, wie das Spiel ist. Okay. Okay. Geil. Laufen wir. Ich muss die Münzen einsammeln. Warte mal, ich probiere mal was aus. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Da. Da müssen wir jetzt. Ne. Oh. Immer wieder allein sein wie neulich. Loll. Oder muss man diese drei Runden machen? Wofür ist das Geld da? Okay. Hmm. Oh. 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 Die blaue Sprinter ist ganz gut. 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 Perfekt. Die blaue Sprinter ist ganz gut. 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 Das ist ein bisschen witzig wenn man weiß wie es geht. Die blaue Sprinter ist ganz gut. Aber auch irgendwie langweilig. Kann man das so sagen? Das ist mal eine Abwechslung von Free Fire klar. Da stand doch irgendwie 80% mögen das. 3 Minuten und 53 Sekunden habe ich gewonnen. Das war mein erster Sieg. Beim ersten Mal habe ich das gespielt. Da habe ich gar nicht verstanden was ich machen sollte. Beim zweiten Mal war ich gerade. Und jetzt habe ich gewonnen. Und dann habe ich das gespielt. Gut dann würde ich mir sagen. Bis gleich. Ok schnell mal los. Eine Runde. Eine Runde. Der ist. Ok. Ich kann mit der Pistole nicht schießen. Ich kann mit der Pistole nicht schießen. Ok. Schau mal, ob es jetzt so besträuft. Ich glaube noch nicht, aber... Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Das wird ne schnelle Verlierer-Runde. Ah, ich kann ein bisschen länger über. Okay. Keine MP5. Jetzt geht's wieder los. Zack. Okay, ich kann noch da rum. Schneller. Wachsam bleiben. Wachsam bleiben. Ach, Mensch. Gut. Es steht nur drei. Doch nicht gut. Das ist ja die Frage. Ja, ich auch. Okay. Wachsam bleiben. Wachsam bleiben. Wachsam bleiben. Wachsam bleiben. Wachsam bleiben. Wachsam bleiben. Ah. Jawohl. Jawohl. Passt schon. Ich hab ja auch so überlebt. Supi. Wir sind zurück. Das war's. Ich hab ja auch. Ich hab ja auch. Das war's. Gegner gesichtet Das ist ja ein richtig spannendes match hier Ich brauche einen Pilz Gute Arbeit 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 Gute Arbeit